Liebe Freunde der paradoxen Strategie, derzeit könnt ihr auf diesem Kanal folgendes Programm erwarten. Von Dienstag bis Sonntag, also sechsmal die Woche, mein Europa-Universales 4 Let's Play mit dem Deutschen Orden. Am Wochenende und montags das epische Europa-Universales 3 Let's Play, das übrigens kurz vor dem Abschluss steht. 400 Jahre Geschichte liegen dann hinter uns. Darüber hinaus anlassbezogen und unregelmäßig News zu neuen, DLCs zu Patches, History Specials, Tutorials und was mir noch so einfällt. Außerdem gibt es hier eine sehr lebendige und freundliche Community. Also viel Spaß auf diesem Kanal, euer Steinwallen.